dienstag der 12 dezember 2023 hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir öffnen das türchen etwas später und dazu muss ich noch was anderes loswerden dass irgendwie ich hinbekommen habe dass das internet wohl wieder direkt mit pc funktioniert und nicht über so ein teil auch wenn das teil inzwischen da ist da wäre das türchen jedenfalls vom netto adventskalender und wie ihr schon sehen können das ist die glocke beim kaufland und wenn es gländer wieder unten das türchen und ihr seht schon das holen bei diesem adventskalender dürfte es nach unten gehen und ist da unten wie ihr seht da ist die 12 und da kommt ebenfalls das so in dem vorschein so hier bei dem was das soll da dürfte wohl aus dem nidl sein und da ist die ein bisschen gut versteckt das erinnert ein bisschen mich ans lied so liegt ihr wisst was jetzt kommt da ist das türchen einmal zweimal jetzt kommt der zweite geschenk der adventskalender das war der aldi da ist das türchen und da ist das mit dem schlitten aber es ist das hat kein schnee heute gegeben nur regen damit sage ich trotzdem mal bitte leicht dennoch das video lasst ein abo da wir sehen uns auch morgen mittwoch